Wir machen noch mal Blitze. Oh, Knall können wir nicht. Wir können dafür aber hier die Sense machen. Angelo macht Wiedergeburt bei Jessica. Nimm deine Pflossin aus meinem Bildschirm. Und bam. Mich stört es nicht. Boom. Okay, jetzt schicke ich das Team rein. Team, die Muskelmonster, greift an. Nice. Direkt ein Verzweiflungsschlag rein und gezimmert in die Drecksau. Die halten noch ein bisschen mehr aus. Sie haben auch viel, viel mehr Leben als wir. Da muss was laufen hier. Sauber, sauber. Let's go. Ah, ging daneben. Haha. So, Nummer 1. Monster sind durch. Nee. Zweite Monsterreihe kommt auch noch. Damit ich mal ein bisschen Pause habe und nur klicken muss. Zweiflungsschlag. Nice. Gebt ihm. Nicht mir. Gebt ihm. Bitteschön. Jawoll. Aua, der stirbt noch. Die sterben. Verzweiflungsschlag. Yes. Ist besiegt. Jawoll. Wir haben drei Gegner. Ein Hauptboss und alles Gegner dazwischen zerstört. Urikalkum. Urikalkum heißt das. Weißt du was? Das muss jetzt hier gehen. Fick dich. Tschüss. Geht auch. Und ein riesengroßer Grafikfehler. Und die. Ja genau. Werd auch noch zum Leben erweckt. Alter. Was ziehst du da unten ein? Da kommt doch nur Sache. Wie kann der da unten was einziehen? Ist der behindert? Geh weg. Hilf mir. Fetter Fleischfettfehler. Yay. Essen. Na, 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 meine fette Torte. Alter. Ist das kein fettes Glühölmchen mehr? Oh nein. Gemons. Fliegt doch. Na. Oh, oh. Äh. Boom. Oh, ein Pyra. Hilf mir. Danke. Ah, okay. Ja, gut. Ja, ja. Boah, der hat so ein schönes Schild noch um sich. Ja, ja. Was kommt denn jetzt? Was ist das denn? Das ist die Echo Flute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab' das. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Sieben Stück. Ha, das sind wohl die Weisen, die mal zerstört worden sind. Boah, ich muss erstmal kurz so machen. Warte mal, dann hol' ich mir mal die Flöte. Okay. Kein Echo zu hören. Aber ich würd' die mal transferieren. Schade, dass es keinen Hotkey dafür gibt. Also, äh, was ich vermute mal. Wir fangen mal damit an. Und zwar in die erste Stadt. Weil die sieben Weisen, auf jeden Fall der eine im gebrannten Haus. Das ist sicher. Dann dem, im Turm. Da im Alexandria Turm. Guck mal, da haben wir sogar was. Warte, wenn ich jetzt, warte mal. Da vorne ist was Glitzerndes. Das war vorher nämlich nicht da. Wenn ich jetzt hier... Probier's mal nur aus. Benutzen. Okay, hier ist es auf jeden Fall. Also, kann man jede Stadt durchchecken. Und einfach Flöte spielen. Okay, den haben wir schon mal. Steck die purpure Kugel. Die haben wir. Ähm... Zehn Potter... Ne, nicht hinter der Tür. Depportation... Der Alexandria. Können wir hier schon die... Flöte spielen benutzen? Nee. Gut, aber... Ich tippe mal, dass es da oben... ...drin sein wird. Hm. Müssen jetzt noch Monster kommen. Wirklich. Ich kann doch eigentlich flüchten. Aber egal. 16 Gold... Münzen. Die wirklich gerne annehme. Lauf, kleine Mann, lauf. Wir müssen doch gleich mal wieder einen Cut machen. Lass mal die Folgen und lauf mal gucken. Wie sieht denn eigentlich so eine komische Kugel jetzt aus? Okay. Eines der großen Waisen. Fliehen, tschüss. Alter! Du machst doch nicht mal... Du machst einen Schaden. Mhm. Kann ich jetzt fliehen? Danke. Total nervig. Okay. Das würde mich interessieren. Flöte spielen. Mal gucken, hören. Okay. Immer wenn ich in... ... einem gewissen Gebiet funktioniert das auf jeden Fall. Echo sehr schwach, aber... Ja, ich tippe mal, dass das ganz oben ist. Wie immer. Wo du da ganz hoch latschen musst. Geht doch einfach weg, ey! Tschüss. Kann ich hier nicht diesen komischen... ...Kack... ...Schutzhauer nehmen hier? Danke. Mist Viecher. Ja. War das hier lang? So, ich bin bestimmt wieder zu Tode. Diesen ollen Weg. Hier. Brrrr. Jetzt gehen wir schnell rüber. Lieber, lieber, lieber. So. Ding schnell drehen. Ich will hier schnell durch. So. Weiter geht's hoch. Aber hier nur, glaub ich, drum laufen, ne? Nee. War der falsche. War der weg. Ja. Und dann nochmal hier lang. Da geht's ziemlich weiter. Können wir ja mal ne kurze Abkürzung nehmen. Und dann sind wir schon fast oben. Und dann sind wir schon fast oben. Wundervoll. Nee, hier war keine Abkürzung. Oder ich weiß es nicht mehr. Nee, da ging's genau. Hier noch schnell hoch. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Eine blaue Kugel. Können wir jetzt Hintertürchen nehmen. Tschüss. Okay. Teleportation. Ah. Nein, nein. In die Abtei. Vermut' ich mal. Wir können ja. Okay. Okay. So. Benutzen. Ist auf jeden Fall hier. Ich trinke noch einen Schluck mal eben. Ah. Es ist ein schwaches Echo. Zu hören. Ist ja egal. Wir wissen. Auf jeden Fall, dass wir es hier irgendwo finden können. Tipp mal, dass es hinten ist. Ja. Wird es jetzt hinter dem Ding sein oder in dem Ding? schädchen. Hm. Ich geh erstmal jetzt hier rein. Ah, da ist es. Da ist es. Neb auf. Goldene. Okay, Nummer 3 haben wir. Jetzt fehlen uns noch vier. Den nächsten... Naja, Tyruinen. Hier, glaub ich. Oh. Gucken. Können wir nur hier hingehen. Benutzen drücken. Kein Echo, dann können wir einfach Tschüss machen. Ähm, Monster Arena Pick, ähm... Neos, Neos, Neos würde ich vielleicht noch behaupten. Obwohl, auch nicht. Mir ist die Stadt kaputt, aber... Auch nicht okay. Ähm... Magie, 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 Magie... Mit auf dem Hügel drin ist... Baccar... Baccarat könnte eine gute Option sein. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Schauen wir uns mal kurz hier hin. Mal kurz benutzen. Hier sehen wir uns. Frage... Wo? Wo? Wo könnte es wohl sein? Vermutung habe ich da irgendwo drin, aber... Da muss ich jetzt mal ausprobieren, ne? Da muss ich jetzt mal ausprobieren, ne? Immer noch ein schwaches? Ja. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier ist es nicht drin anscheinend, aber... Hier war ich noch nicht drin. Das heißt... Ich kann das mal gepflegt... Hallo. Da fliegt hier alles looten. Leiter, Fässer... Boom. Oh. Noch noch mit. Eine Flasche frische Milch, Schlapppulver... Können wir schon wieder Käse erstellen. Naja, da geht es raus oder so? Ich weiß es nicht. Und was? Okay, ne Fiola. Okay. Hier ist es nicht. Aber in der Stadt ist es. Das ist schon mal gut. Aber wie könnte es denn sein? Jetzt haben wir entweder noch die... Na hallo, kannst du mal bitte? Hm. Wo liegt das wo... Äh, ich kann jetzt mal ins Haus rein. Ja, ins Casino. Okay, kann ich auf jeden Fall rein. Benutzen. Ein sehr schwaches Signal. Wo ist es denn hier? Bu... B Bu... Brr... Hi. Och... P召slla Rot, Lyricoh 것is. Aber wisst ihr was? Ich mach mal ne kurzen Cut hier. Und dann... Sehen wir vielleicht in dem Casino weiter, Oder vielleicht weiter außerhalb und würde sagen Bis zum nächsten Mal. Tschüss!